Was ist die Geschichte der Bibel? Er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die ist Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seine Rede zu. Martha aber machte sich weh zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Drei Wege und einer. Man könnte sich die Martha auf drei verschiedene Weisen vorstellen. Da ist zunächst die strategische Martha. Sie macht eine lange Einkaufsliste, um Jesus und seine Jünger zu bewirken. Eine Checkliste, wie der Saal herzurichten ist. Sie macht ein Organigramm, wie die Mitarbeiter in ihrem Haushalt am besten eingeteilt werden. Und sie würde natürlich am liebsten ihre Schwester Maria in ihren strategischen Plan einbauen und ihr eine feste Aufgabe zuweisen. Die zweite, Martha, ist die Fehlersuch, Martha. Sie geht ihre diversen Listen hundertmal in ihrem Kopf durch. Was könnte alles schief gehen? Wo habe ich etwas vergessen? Was ist wenn? Punkt, Punkt, Punkt. Was könnte ich oder andere falsch machen? Und vor allen Dingen, was könnte Maria falsch machen? Ein dritter Weg ist die Flo Martha. Sie hat wirklich Spaß am Kochen und Bewirten. Sie vergisst sich dabei ganz selbst, wenn sie nicht gerade durch das äußerst ärgerliche Verhalten der Maria abgelenkt wäre. Und sie verbraucht ihre ganze Energie für diese Bewirtungsaufgabe und ist hinterher total erschöpft. Ja, und was macht Maria eigentlich? Das wäre der andere Weg, der neben den drei Martha-Wegen in Frage kommt. Das Problem ist ja, dass sie eigentlich nichts macht. Oder sie sitzt nur zu den Füßen von Jesus. Sie ist auf Jesus konzentriert, nicht auf irgendein Tun oder Programm. Und sie ist ganz nah dran an dem Heiligen, an dem, was uns so fasziniert und vor dem wir uns so fürchten, dass wir oft durch unseren Aktionismus davor weglaufen. Aber wie kommt man nun heute in diesen Modus, um Jesus zu Füßen zu sitzen? Die Autoren Maya Storch und Julius Kuhl weisen uns in der Tradition von C.K. Jung einen möglichen Weg. Der Zugang zum Heiligen geschieht dort, wo wir auf unser wahres Selbst stoßen. Und das hängt ganz viel mit unserer Körpererfahrung zusammen. Spirituell Embodiment. Und ihre Co-Autoren berichten ganz begeistert von Embodiment Prayers und von der Bedeutung des gregorianischen Gesangs. Wie kommen wir also nach diesen Autoren in diesen Maria-Modus oder Selbstmodus? Da gibt es einige ganz interessante Beobachtungen. Zum einen, wenn wir unsere negativen Gefühle bewusst wahrnehmen und dann uns darum bemühen, sie sozusagen zu beruhigen, indem wir entweder uns selbst beruhigen oder von anderen Personen uns Mut zusprechen lassen. Dazu gehören auch künstlerische oder kreative Aktivitäten, Achtsamkeitsübungen und zeitliche Verlangsamung, Entschleunigung und Zentrierung. Noch einige Schlussbemerkungen. Jeder von uns lebt natürlich in allen vier Modi. Den drei Martha-Modi, die ich vorgestellt habe und natürlich auch im Maria-Modus. Aber jeder von uns hat so seinen Lieblingsmodus und seinen Schwächemodus und da muss es immer wieder zu einem Ausgleich kommen. Was für die einzelne Person gilt, gilt natürlich auch für soziale Systeme. In welchem Hauptmodus befinden wir uns eigentlich gerade in der Kirche? Eher im Strategie-Modus oder im Fehler-Modus? Auf jeden Fall ist klar, ohne den Selbstmodus mit seiner spirituellen Komponente ist wirkliche Veränderung nicht möglich. Denn wir sind viel zu sehr durch unser Unterbewusstsein gesteuert und da kommen wir mit all dem Aktivismus nicht ran, mit der Brechstange um das Verrecken nicht. All diese aktionistischen Versuche führen nur dazu, dass wir unser Selbst vergewaltigen. Es braucht für einen erfolgreichen Veränderungsprozess immer wieder die Defokussierung und die Fokussierung auf das, was unser Mittelpunkt ist, Jesus Christus. Von dieser Defokussierung redet auch die Kreativitätsforschung. Wenn sie von einer Inkubationsphase des Nichtstons spricht. Und auch schon Viktor Frankl hat es im Begriff der Dereflexion, des Abschalten der aktiven Gedanken aufgezeigt. Es geht darum, darauf zu vertrauen, dass das Selbst in uns seinen Weg alleine findet. Und wir dürfen es als Theologen gut und gerne als den Heiligen Geist bezeichnen oder auch als Gott bezeichnen, der in uns wohnt. Dann werden wir träumerisch ans Ziel gelangen, wie es in den Psalmen heißt. Dann werden wir sein wie die Träumenden. Und wir dürfen es nicht weitergehen. Und wir dürfen es nicht mehrmals zum Beispiel. Dann werden wir sein wie die Träume der Dreumenden. Dann werden wir das Bauteil selber veräustet. Dann werden wir das Bauteil selber veräusten und das Bauteil selber veräusten. Dann werden wir das Bauteil selber veräusten. Dann dann ist die Träume der Kreativität.